hallo minecrafter dies ist mein allererstes video ich bin poppy kein rap von zombie zog ja ihr könnt mir adventure maps schicken und ich werde sie let's play inspiriert hat mich natürlich zombie zogs let's play adventure beziehungsweise let's adventure your minecraft reihe ich dachte mir er hat die hände eh schon so voll mit let's plays und so zu tun und ja ich wollte auch schon immer mal let's play jedenfalls ihr könnt eure maps bei einem file hoster wie media feier oder so hochladen und mir dann den link in deine kurze beschreibung schicken eventuell sogar ein paar screenshots oder auch ein video dazu machen ja und bitte die versions nummer nicht vergessen weil ja ihr wisst in 1.8 kam ein paar neue blöcke dazu dies in 1.7 noch nicht gab ja wobei das eigentlich gar ist weil wir im beta 1.9 pre-release spielen ja ich glaube das ist das 1 weiß ich gerade nicht auch egal ja und ich werde auch let's play mal schauen wie das so wird ein allererstes mal doch nicht ja ich benutze übrigens das honeyball mk basic texture pack für die falsche version natürlich und so intelligent dann nehmen wir das da ja machen wir direkt eine neue welt nehmen sie wir sie ja natürlich so wahre sieht welchen sie nehmen wir denn in dem honeyball weil sie so ein tolles texture pack gemacht hat kann man nicht verändern nein soPDMIIs ja great new group tütt na tüttt die tütt 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 tut w construct komm schon ah ich sehe nichts SH fan strategisch zur anderen gleich gegen die erste des обсellen ein bisschen kurz der einstellungen wie sie passt field of view steht da quake pro video settings passt gut ist ja nicht so schnell bobby ja starten wir uns erst mal ein stück ich weiß dass du mir dann eine wolle geben willst komm schon steht schon um sie können wir uns gleich an die hand garten pflanzen ja drei rolle reicht jetzt erst einmal scharf schwein ist ja kein scharf in so tun wie immer holzer in minecraft das darf ja nicht fehlen das muss immer am anfang dabei sein wie cool diese bäume auch gerade ausschauen mit der schicht bei diesem großen dann noch das wirklich realistisch haben jetzt sechs holz mal eines ging macht mich nicht aus die school ich sage irgendwie immer öfters wurscht sollte mir das abgewöhnen doch schon vorhin holz gesammelt verstehe ich jetzt nicht weil wir davor ja das inventar noch nicht offen hatten ja ich mache erst mal weiter überlegt mir gerade wo wir unser haus bauen könnten wahrscheinlich vorne war mir oder im strand wäre doch ziemlich nice ja ich muss auch dazu sagen dann ein let's place werde ich wahrscheinlich ja ich werde mich wahrscheinlich die eine andere inspiration von konkurren holen ja ich bin auch sein feld wenn nicht feld ich bin ja kein feind ein fändelig prog fdw ja wenn ich noch sagen um holzklötze schlagen höhe 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 das ist so maskulin fühle ich mich gleich hart und ab geht's block ich mache doch die musik wieder nicht für mich hier ganz allein läuft gerade keine aber jetzt gleich 24 holz ich glaube das sollte erst mal genügen das mir ein bisschen zu eng hier auf den zwei blöcken zu wohnen also zwei blöcke breite ja mal gucken da hinten ist mein so ein ich glaube das sieht man von hier aus gar nicht auf youtube hinten ist nämlich so ein zumpfbüro da der baum aber ich glaube jetzt machen wir uns erst mal eine zurück gleich jetzt stein ich hasse dich ößerstein können wir das so dran machen wir brauchen uns eine höhle ich hoffe man sieht es also nicht gescheit im sinne von intelligenz sondern weil wenn der können ja gar nicht intelligent sein dass wir plötzlich könnte man mit den wänden reden hallo und wie geht's dir ja mir geht's gut und hier ja auch so tschüss und tschüss ich komme hier ganz alleine vor dann wird es bringen sie auch mein erstes mal egal also holz eine workbench bastikis können wir immer brauchen so ich bekomme ja das heißt ich sollte mir jetzt schon vielleicht ein vorrat anliegen fleisch wo da ist das hülpchen block wieder rauf und was die folgen längen betrifft ich bin mir da noch nicht sicher vielleicht zehn vielleicht fünf minuten und wie oft die kommen werden ich weiß es nicht ich ja mal schauen wie sich das entwickelt ich hätte schon vor ein bisschen länger zu let's play der ja auch geil warum mache ich mir das jetzt genau das ist lustig workbench abbauen verdammt ist immer gut man kann die meine brauchen so dann noch kurz hinstellen holz passt genau dreimal die wolle drauf so eine volle butterbrot und holz ich habe sie dich durch steigen ich kann nicht singen ich habe gerade gepfiffen ich bin so ein ganzer gangster weil ich pfeifen kann ich werde keiner von euch kann pfeifen was du kannst du hast es ist ja also das ist vorerst meine bleibe und ich glaube ich brauche einen zweiten bildschirm weil ich sehe nie wie lang die folge schon ist ich habe auch nicht gemessen wann ich gestartet habe ja jedenfalls bis zur nächsten folge vielleicht auch bis gleich oder so tschüss